Ja, herzlich willkommen zurück. Also nicht wundern im Stream, im Video vom Dreisten. Ich begrüße jetzt zum dritten Mal, denn ich habe die Aufnahme gerade gestartet, aber sie hat dann doch nicht so geklappt, wie sie sollte. So und ich bin auch abgeschmiert und das sind Lava. Ich habe eben alle meine Sachen verloren, deswegen habe ich jetzt nur das im Inventor und meine neu gebaute Rüstung. Worüber haben wir geredet? Der Enderman greift mich an und der haut mich die ganze Zeit hier raus. Ah, der Enderman haut mich. Ich habe den angeguckt. So, worüber haben wir geredet? Ah, der ist mitgekommen. Ist einfach mitgekommen. Nein. Doch. Nein, was mache ich hier? Nein. Du ertrinkst? Haha. Bitte nicht. Bestes Video. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Was habe ich erzählt? Also wir haben über Serjay geredet, weil eigentlich habe ich das abspielen lassen, aber er ist jetzt nicht mit dabei. Dann machen wir das einfach bei mir zum Bonus noch am Ende noch mal rein. Oh, was sagst du? So. Ich habe darüber geredet, dass wir den Raum ein bisschen geändert haben, weil das unsymmetrisch war und dann wegen dieser Stufe hier habe ich dann eine Ni-Trägung gemacht. Und ja, wir sind dann dazu gekommen, dass wir überlegen sind, ob wir hier drunter Lava machen und dann Glas drüber machen. So. Und weiter ist eigentlich nicht passiert. Und ich glaube, der Enderman ist nicht bei uns drin. Okay, gut. Ja, ich wollte aus dem Holz Holzbretter machen, damit ich Amir wieder mein Werkzeug bauen kann, da ich ja eben leider Gottes im Lava ertrunken bin. Aua. Ja, verbrannt meine ich. Aua. So ein Messer und drei Spitzhacken. Ah, mein Essen ist auch weg. Ah, du hast da angebaut. Ach, bist du im Dorf? Ja. Ja, ich würde sowieso, ich würde sowieso sagen, dass wir mit dem in der nächsten Folge mit dem meisten Loot nach Hause laufen sollten. Das, was wir hier in der Höhle nicht brauchen, um sowieso mal. Ja, ich weiß. Und da ist ein Pferd von uns. Das ist, glaube ich, dein Pferd, weil das hat mehr Herzen. Besser gezählt. Und meins hat sich losgerissen. Ne, das ist... Ja, wie gesagt. Ah, ich guck schon wieder rüber. Das soll aber nicht passieren. Was ist der Enderman? Der sich jetzt hier raus teleportiert? So, ähm... Das ist nicht dein Pferd. Wo läuft der hin? Dein Pferd hat aber zwei Köpfe, äh... Zwei Herzen mehr. Zwei Herzen mehr. Haha. Nein, mein Pferd hat er nicht mehr. Irgendein Herzen, mein Pferd. Ah, möchtest du zurück nach Hause, oder wie? Das beantwortet aber gerade nicht meine Frage. Ja, dann lass mit ein bisschen Loot, was wir hier nicht brauchen, kurz nach Hause steppen. Ja, hat was am Ende? Und warum bewegst du dich nicht? Hier ist der Aufzug nach oben, oder was? Ne. Andere Seite? Nein, es gibt im Moment keinen Aufzug nach oben, weil wir noch Sachen brauchen. Also bis oben hin überlebt man das, oder? Äh, gehen wir von der anderen Seite, weil das ist der Aufzug nach unten. Ah, jetzt bin ich gebückt, okay. Jetzt hoch. Kriegt man das mit der Luft hin? Bei mir hat es geklappt. Ganz knapp, natürlich. Also, da du keine Herzen hast und so. Sollte ich eigentlich. Gehen. 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 Ja. Gehen. 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 Und nebenbei bist du nicht ein altes Video um zu gucken, um zu gucken, welches Pferd war. Er uns hatte nur eins. Wo hat die ist gepunktet, okay. Also, das haben wir nicht gerade nebenbei in dem Video gesehen. Nein. Ähm, wollen wir dann in der Höhle... Soll das mit zwei Herzen? Meins? Wollen wir dann in der Höhle dann anbauen, oder? Ja. Ja, oder? Weil wir müssen erstmal... Er sagt nicht, mein Seil ist... Ah, da ist mein Seil. Ähm, ich weiß in welche Richtung. Wir müssen... Wir müssen erstmal in die Richtung zum anderen Dorf. Und dann einfach fast nur geradeaus rechts runter. Und reite nicht so schnell davor. Ich bin nicht so schnell mit meinem Pferd. Nein, da komm ich erst im Horizont. Hahaha. Was ist das hier hinter dir? Aus dem Hase. Aha. Da ist das Dorf und dann... Das ist rechts rüber vom Dorf aus. Ah, das läuft richtig. Da ist die Richtung. Ja, ungefähr jetzt... Du bist schräg, ne? Nö, ja. Du bist glaube ich geradeaus noch da ungefähr. Nach rechts runter, oder? Nach rechts runter, ja. Ja, genau hier zwischen... Richtung Gebilde. Ja, ich sehe das Gebilde. Also Richtung der Eickskulpturen, da. Hm... Och Mann. He-He-He-He he 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 cel! He-He he 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 ha he 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 heh he 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 he. Ha he 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 de generous someningar, hwartung ich belassen, ach zu ihm слышcher halt, wo bin ich hier wieder? Und nehme ich hier einfach dran vorbei, dann kommt gleich gleich auch schon der große Turm. Ja. Die vier Türme, da? Die Türme schon... Na, ich mein den Turm, den ich ausgelootet hab mit den Illigern. Ausgelootcht? Ausgelootcht? Hab ich Spawner eigentlich die Truhen, oder? Ne. Das hab ich, glaub ich, schon mal in ner älteren Folge gefragt, aber es sind jetzt auch schon etwa dreieinhalb Monate her, ne? Oh, ich brauch echt ein schnelleres Pferd. Ist ja mühsam mit dem Pferd. Ich glaub, irgendwie ist es nicht irgendwo... Falsch? Ähm... Ja, kann man so sagen. Ne, doch nicht. Ne, doch nicht. Hast du dein Haus schon gefunden? Hast du dein Haus gefunden? Hast du dein Haus gefunden? Hast du mein Haus gefunden? Mhm. Geh mal den Weg lang, Tobi nicht. Haha. Ah. Hier ist die Lavastelle aus dem Anfang. Ah, da ist mein Haus. Ist er auf meinem heutigen Dach, oder was? Runter von meinem Dach. Hä? Wie hätte sich das Schnee da oben platziert? Ja, ich hab's gerade gefallen. Hä? Hä? Weißt du, kann ich mal so springen? Ne, nur den perfekten Weg da lang, den du da gemacht hast. Ja, der ist ja auch nicht für Pferde gedacht. Haha. Warum so... Wie das aussieht. Da tack 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 tack. Unglaublich, Alter. Ach, hier ist mein Haus. Aber weißt du, was das Gute ist? Mhm. Wir können das Pferd nicht abhauen. Tja... Da würdest du jetzt noch sagen, dass es zu blöd ist, um das zu... Äh... Musik zu beschreiben, oder wie? Und so, also... Machen wir in der Höhle dann, ähm... Boah, leckt das gerade? Die Tür bin ich zugegangen? Ach, jetzt. Ähm, also möchtest du in der Höhle anbauen? Wenn wir in der Höhle bleiben sollten... Hast Probleme, oder? Ich hab so keine Kartoschkis über. Ja, aber mein Feld ist noch nicht komplett aus... ...gearbeitet. So... Habe ich hier ne Hake drin? Ja, hab ich. So... Zack, 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 zack. Das war, glaub ich, zu weit. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Was denn besser machen? So, also acht Kartoffeln hätte ich jetzt noch übrig, die wir erstmal mitnehmen können. Ich hätte auch Weizensamen. Dann könnten wir uns auch unten Brot anbauen. Wie Weizen? Auf dem anderen wollte ich's nicht machen. Ja, für Weizenmehl. Ich wollte hier schon wieder. Geht nach Hause. Wer ne weiß, was ich meine. Ein bisschen Abstand hier, ja? Wir haben Corona, also Corona-Mindestabstand, haha. Ähm... Ne? Ey, was für wilde hier. Hau ab! Tschüss, geh weg! Sind die schon reif? Ne. Ich hätte auch noch Rote-Bete, aber Rote-Bete-Suppe lohnt sich nicht zu machen, weil kann man nur einen Platz mitmachen, ne? Hm. Rote-Bete-Suppe hat einen Einerplatz, ja dann. Na, ich kann die restlichen Samen vom Weizen noch mitnehmen. Dann könnten wir unten fünfzehn Weizen anbauen. Und acht Kartoffeln. Reicht das erstmal? Ja. Gut, aber wir hätten eigentlich auch Sachen mitnehmen können, die wir hier hätten schon mal lagern können, ne? Da hab ich schon ein bisschen zu viel Schnee. Erde. Endlich, Alter. Dank den Schildern. Kommt auch kein Wasser mehr rein. Geht das hier nicht mehr rein. Hab ich hier noch irgendwas drin? Boah, wie lange ich schon nicht mehr zu Hause war. Es sieht so komisch aus, wieder zu Hause zu sein. Und ist noch gar nicht fertig. Hier hab ich auch noch Trude mit Sachen drin. Lesepult und Bücher aus den Häusern, stimmt. Ach, was hab ich denn hier noch? Was hab ich denn hier noch? Kürbiskerl. Ich wollte gerade fragen, soll ich ein vierundrichtiger Steak Glas mitnehmen für, ähm, für, 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 für den Boden? Für den Boden mit dem Lava. Und einen Eimer nehme ich mit. Ein oder zwei vierundrichtiger Steaks. Das mit dem Lava. Das mit dem Lachs. Die Kohle nehme ich mal mit. Äh, ja. Ich denke, das, das Holz nehme ich mal mit. Ich nehme einfach zwei vierundrichtiger Steaks mit. Ja. Die Strings nehme ich mit. Die Knochen nehme ich mit. Ja, Tobi. Die Pfeile nehme ich mit. Ja, Tobi. Wie? Ähm. Leute, ich hatte jetzt nicht mehr viel. Hast du einen guten Bogen für mich, der meiner ja verbrannt ist? Das ist nur eine Armbrust. Ich habe eine Armbrust nur. Ich habe ganz normale Bögen. Eine Armbrust habe ich auch, aber die sind nicht verzaubert. Oh, mein verzaubertes Buch. Ne, das habe ich in der Truhe. Oh mein Gott. Was hast du gemacht? Ja. Soll ich ein paar Bücher mitnehmen? Fürs Verzaubern? Ja, eigentlich brauchen wir überhaupt noch unsere Häuser hier. Also eigentlich verschiffen wir gerade alles mit zur Höhle. Ja. Ähm. Du? Ja, warum nicht? Das würde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Ach du, das Junge. Das ist ja jetzt auch nur vorübergehend, solange wir da unten die Sachen machen, nehmen wir die Sachen mit. Peter, wenn wir das hier gut ausgelootet haben, sollten wir eigentlich unter unseren Häusern auch ein Portal machen und dann das andere Portal damit verbinden, ne? Ja, wir müssen halt gucken, wie die Entfernung so ist, ne? Okay, sollte es eigentlich nicht so sein. Ja, nein. Oh, mein Pferd wird angegriffen. Ja, von den Ertrunkenen, lass mal schlafen gehen. Woher Lachs? Ähm, Lachs? Den bereich mal auch schon mal. Weil dann nehme ich den Lachsen mit, die kann man ja easy unten anpflanzen haben. Ja. Ne gute. Und wenn man das vor die Tür macht, dass da nur ein kleiner Weg ist, hält man sogar auch die Gegner von fern. Ja, aber dann hält man sich auch davon fern. Ja. 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 Hast du das Bett jetzt mitgenommen? In die Höhle? Ähm. Ich habe nur drei Fäden. Drei Fäden habe ich nur. Warum habe ich nur drei Fäden? Ähm. Ich glaube, ich habe hier noch ein Ersatzbett, oder? Nein? Nein? Ähm. Ich habe ein Ersatzbett. Willst du bei mir heute die Nacht schlafen? Tobi. Ist doch nicht so lange. Ja, aber. Aber. Sami. Tobi. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Auch in der Zeit konnte ich noch mal ein paar neue Katoschkis machen, ja ich hab gemacht Katoschkis. So, ah, das kann da jetzt rein. Dann willst du auch mein Schlaf gemacht oder willst du die Nacht in der Küche schlafen? Ja, es wird langsam wieder Tag, also, weißt du was, schlaf vor der Tür, ha, ha, dreht vor der Tür, ha, 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 gute Nacht, ha, 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 ha Da hat einer von ihr ganz schnell gesagt. Hallo, ich bin nicht so einer. Erde hast du? Erde? Damit wir da unten was anbauen können. Erde? Erde? Was ist Erde? 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 Was ist Erde? So, die ganzen Pfeile hier aufsammeln. Ich geh dann schon mal in Richtung Höhle. Du bist eh schneller da mit deinem Sprinte-Pferd. Mit deinem Sprint-Pferd. So. Komm, wir machen ein Bettrenn. Wer ist, der da ist. Ich wollte eigentlich... Ach, hast du dich schon verlauft? Das... Da in die Richtung. Ja. Das ist das Perfekte, wenn man nebeneinander sitzt. Da kann man sich wenigstens abklären. Und man hat nicht dieses dumme Discord im Hintergrund, weil dann... Wenn der Samy was lauter reden würde, würde man ihn auch manchmal besser verstehen, aber... Ja. Soll ich hier rumbrüllen oder was? Ja. Wir haben... Etwas spät. Sechs Uhr morgens oder so. Was? Ich dachte wir haben drei oder vier oder so. Nein, nein, wir haben erst irgendwann um vier Uhr angefangen die erste Folge aufzunehmen. Ich bin gleich am ersten Dorf. Das ist das erste Dorf, also ist da irgendwo die Höhle. Dein Pferd ist echt richtig schnell. Was ist denn? Was ist denn? Na, UC in Bolt. So wie die UC in Bolt Zombies. Ja, UC in Bolt Zombies. Oh, das ruckelt aber grad ganz schön. Ja. Ich hab's extra gemacht, damit ich eine Vorteil habe, damit ich dann da bin. Warte, da vorne müsste die Leuchtfackel sein. Du bist glaub ich schon dran vorbei geritten. Ne, das waren die Kürbisse. Kürbisse könnten wir theoretisch auch machen. Viel Kürbisse. Ich hoffe ich verlaufe mich jetzt nicht. Ich glaube ich reite lieber nochmal zurück zu dem einen Dorf. Ich bin total losig. Mhm. Okay das fällt. Hä? Pfff. Ich blick grad auch nicht durch wo ich hingeritten bin. Wo bin ich auf einmal? Was ist das hier? Ist das ein neues Dorf? Ist das ein neues Dorf? Nicht im Dorf. Ich meine es war das volle Dorf hier. Kunde und haben. Der hinten müsste erst drauf sein. Ich bin viel zu spät nach hinten abgebogen glaube ich. Ah, du bist minus 365? In dem Dorf haben wir das dann. Ja, ja hier ist es da. Okay, gib mir mal deine Koordinaten. Minus 200? Ich bin ungefähr auf derselben Höhe. Und nicht derselbe Breite glaube ich. So minus 200, 250 ne? Mhm. Du bist gut im Land alter. Ich habe keine Ahnung, aber zum Glück. Sind wir nebeneinander. Auch wer neu ist. So. Nein. Was? Das ist aber dein Teil, ne? Der hat sich. Können Pferde nicht schon? Mhm. Also können schon, aber mit dir auf dem Rücken geht das nicht. Oh, da unten ist Leben. Pass aber auf, dass dein Pferd nicht irgendwie unter dem Eis da trinken. Ah, das hat es geschafft. Und jetzt sagst du es. Und jetzt sagst du es. Und jetzt sagst du es. Haha. So. Mhm. Mhm. Ach das war Schnee, was ich aufgesammelt habe? Noch kein Leben? Ne, doch. Lehm ist aufgesammelt worden. Mhm. Ah doch da. Vier Lehm. Wow. Haha. So. 370 und. Also bei welchem Dorf bin ich dann? Ist es das Golddorf? Ja, das ist das Diamantdorf. Wo wir die Diamanten gefunden haben. Also ich die Diamanten gefunden habe. Ja. Dann ist es in die Richtung. In die Richtung müsste das nächste drauf sein. Ja. Ja, wo auch das Pferd ist, ne? Ja. Und mein Pferd auch wieder angeht. Nein. Ich glaube ich gehe dann nicht schlafen, bevor ich zur Wohnungsbesichtigung gehe. Naja, ich muss eben auch noch was öffnen, sonst müsste es zu gehen. Ah, dann... Ja, kann man ja machen. Krümmeltee? Ja, klar. Ja, klar. Jetzt machen die Abonnenten. Welchen Krümmeltee trinkt ihr am liebsten? Pfirsich, Zitrone oder Waldfrüchte? Also ich muss sagen, ich trinke... Ja, Waldfrüchte echt gerne. Zitrone auch. Zitrone auch. Zitrone auch. Eigentlich trinke ich alle gerne. Ich steig mal ab. Da und da. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ah ne, du kannst unten gar nicht anbauen, oder? Brauchst du nicht unten Licht? Ja. Oder Leuchtepilze. So, wie erkenne ich deinen Aufzug nach unten? Ich hab den jetzt nochmal verbessert, weil ich Angst hatte irgendwie. Ja, das sind diese zwei Dinger da nebeneinander. Was? Ja, der ist der Aufzug nach unten, der erste und der dahinter. Das ist der nach oben. Das ist der nach oben und das ist der nach unten. Ja. Soll ich mich trauen, Leute? Soll ich, soll ich, soll ich, soll ich? Geronimo. Ah, der klappt. So, jetzt hast du hier erstmal deine. Warum schmeiß ich dir die Kartoffelkirchen? Ich weiß es nicht. Ah, die. Ich wollte erstmal die Kartoffeln anbauen. Damit wir welche einen Vorrat haben. Und. So, dann haben wir den Inventar hier. Und. Was dann brauchen wir? So, dann schmeiß ich das, was ich im Inventar habe, erstmal alles hier rein. Ähm. Wir haben schon wieder die Kartoffelkirchen. Was denn? Na, wir haben doch hier. Ein bisschen Erde. So, die Holzkiste war. Wir hatten keine Holzkiste. Dann machen wir das hier mit zu den Baumsetzlingen, ne? Mh. Eichenholzbrette. Akazienholzbrette. So, das ist perfekt. Ne Kissen müssen auch irgendwo noch ein bisschen direkt sein. Ja, hier links von mir. So, die Bücher. Ähm. Die tue ich zu dir, äh, an deinem Bett. Äh, an meinem Bett. Mh. 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 So, die lege ich auch extra zur Seite, damit wir wissen. Und das ist wichtig. Dann. Da die Knochen rein. Ähm. Ja, zu den Knochen und Strings schmeiße ich auch direkt die Pfeile. Mh. 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 Wo ist der Bodenhalte? Soll ich das? Warte, war ich hier direkt? Wo ist der Bodenhalte? Hä? Jetzt haben wir noch einen, danke. So. Wie viel hast du da weggegrast? Ein bisschen. Man kann aber keine halben... Ich hab das rumgewildert halt. Man kann aber keine halben Glasstufen machen. Nein. Ich kann nur Glasstufen. Kann man das eigentlich auch hier einfach so reinlegen? Nein. Hallo? Was hast du da gemacht? Was hast du da gemacht? Nichts, nichts. Wo? Nichts für dich. Nichts wichtiges. Nichts wichtiges. Nichts wichtiges. Denn diese Übung wird ja nicht ausgeführt werden. Wenn ich da jetzt... Wenn ich da jetzt... Wenn ich da jetzt... Wenn ich jetzt hier halbe reinlege, geht das? Ne, der geht dann... ...eins höher... Ne dann muss ich... Also gegen eine Halbstufe... E pros ernsthaft so machen? Tack! Tag? Ja. Eigentlich müssen wir noch als Tiefel... Wollte ich gerade sagen, eigentlich brauch ich da ja gar nicht. Ähm. SAP. Wollen wir das... Wollen wir das off- oder on-screen machen? Die Laber noch hier rein. Weil das eigentlich nur immer hin- und herlaufen. Ich muss aber unbedingt absprechen, weil ich jetzt noch ein bisschen länger aufhören möchte. Ja, deswegen würde ich sagen, ich bin ja eh bei 31 Minuten an... Ja, dann machen wir zwischen der Folge das Laber hier rein. Ah ne, die Stufe hätte ich hier drauf lassen können. Ne, hätte ich nicht. Haha. Ja, zwischen der Folge machen wir dann jetzt noch das Laber hier rein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem Resultat wieder. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Auch wenn bei mir jetzt ein bisschen fehlt. Äh. Ja. Ja, dann speicherst du jetzt eben kurz ab und schreibst mir noch Särjay für meine Leute. Und dann, ja. Bis dann, die Dreiste Community. So, und wir hören uns jetzt noch Sergej an, den kleinen Insider, ich geh was näher an im Fernsehen, so, so, hört zu Leute, Sergej, so legendär, Sergej, auf jeden Fall, das war's mit der Folge, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis denne, und tschau, Quint, haha, haha, nee, alles frech, Tobi, weißt du?